Heute haben wir den neuen Volkswagen ID.4 im Programm, der die Elektrooffensive bei Volkswagen weiter beschleunigen soll. Passend dazu ein klassisches Fahrzeug, das auch mehr als einen Blick wert ist. Der Hyundai i20. Neben dem wahrscheinlich besten Porsche, gemessen am gebotenen, ist der GT4 unschlagbar. Montag um 20.45 Uhr auf Anixe Plus.